Die Deutschen holen sich unsere Soldaten, die Sowjets holen sich die Offiziere. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Sowjets haben die Genfer Konvention nicht unterzeichnet. Die Rotary der Sowjetunion ist euer einziger Freund. Unterschreiben Sie, dass das Massaker von Katyn ein deutsches Verbrechen ist? Nein. Herr Major, nicht doch. Die Sowjets müssen lügen, um dieses Verbrechen zu vertuschen, aber warum lügen Sie? Obwohl Sie es besser wissen. Wir müssen die Beweise verstecken, sonst werden wir verhaften. Die nehmen uns mit, so oder so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017